Trotz Ferienbeginns kam sehr viel Prominenz auf Einladung des Bürgermeisters Karl Schlögl nach Purkersdorf. Anlass dazu war die Spatenstichfeier für den Zubau zum Gymnasium Purkersdorf. Es ist der Spatenstich-Erfolg für den Zubau. Das heißt, das Gymnasium ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Ja, ich denke es schaut so aus, es ist wirklich ein Freudentag, wir haben schon darauf gewartet, denn das Wandern in das Professorium war uns jetzt doch schon zu mühsam und wir freuen uns sehr auf diesen Nachmittagsbetreuungswürfel und Klassenwürfel, wie wir ihn nennen. Das Gymnasium Purkersdorf ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, 96 begonnen mit zwei kleinen Klassen als Privatschule der Stadtgemeinde. In der Zwischenzeit mehr als tausend Schülerinnen und Schüler, 100 Lehrer und die Schule ist sehr, sehr angesehen und weit über Purkersdorf hinaus bekannt. Ich freue mich sehr im Zusammenwirken mit einer unglaublich engagierten Direktorin, Frau Ille entwickelt sich dieser Standort beispielgebend und hervorragend. Viele Kooperationen, auch mit der neuen Mittelschule, mit innovativen Projekten und so freue ich mich, dass jetzt hier der Spatenstich stattgefunden hat. Es wird die Infrastruktur erweitert, Kostenpunkt etwa 3,3 Millionen Euro, die hier seitens des Bundes investiert werden. Gut investiertes Geld mit mehrfachem Nutzen und das sind halt die Momente, wo man sich als Ministerin einfach einmal nur freut. Wenn eine Schule mehr Raum benötigt, heißt das, dass mehr Jugendliche natürlich in die Schulen strömen. Das wiederum ist ein Zeichen dafür, dass die Direktorin mit ihrem gesamten Team hier Großartiges leistet und das ist ja eigentlich auch das Zentrum der Schulpolitik. Und das ist eigentlich heute ein Zeichen, dass es hier funktioniert und deswegen wird die Infrastruktur vergrößert. Also eine mutige, weitblickende Entscheidung von Bürgermeister Schlögl, hier ein eigenes Gymnasium zu errichten, diese Erfolgsgeschichte auch erwähnt, aber auch ein Zeichen, dass in der Bildung wirklich viel weiter geht in Österreich und die Frau Minister hat es indirekt angesprochen. Seit der Ära Kreisky wurde noch nie so viel in die Bildung, auch in den Schulbau investiert. Das sind wir unseren Kindern, aber auch den Eltern und der Wirtschaft schuldig. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ich denke, dass es nicht nur vom Baufortschritt her interessant wird und zügig vorangehen wird, sondern auch das Ergebnis wird interessant werden, weil auch der Zubau energietechnisch einiges zu bieten hat. Also wir werden dort auch eine Energiekennzahl unter 30 Kilowattstunden erreichen und es werden auch die Klassen mit einer Komfortlüftung ausgestattet, die CO2-gesteuert ist. Also auch von dieser Seite her werden da, sagen wir mal, Stand der Technikstandards gesetzt. WIPO ist ein verlässlicher Partner unserer Stadt und das Baustadtrat kann das nur bestätigen, ob das jetzt auch der geplante Umbau und Sanierung des Rathauses ist, was wir für unsere Mitarbeiter wieder am letzten Stand bringen wollen, ob das der Kindergarten war. Unsere WIPO ist ein verlässlicher Partner oder auch wenn es geht um Häuser zu sanieren und auch zu verwalten, wie sie es in der Herrengasse achtet. Also die WIPO ist für uns als Staat ein sehr, sehr wichtiger Partner und ich glaube auch nicht mehr wegzudenken, weil es einfach professionelle Arbeit ist und vor allen Dingen Arbeit sein kann, die in manchen Dingen schneller vonstatten gehen kann, als wir ein permanentes Gremium und Gremien damit beschäftigen müssen. 3. 2. 3. 2. 4. 4. 5. Vielen Dank.